Musik 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 Wissen Sie, wieso Menschen über Gott nachdenken? Musik Weil wir alle irgendwann eines Tages, meistens recht früh, so mit vier oder sechs Jahren, gefragt werden, ob wir an Gott glauben. Bliebe diese Frage und jede weitere ähnliche Diskussion aus, dann dächte kein Mensch über Gott nach. Gäbe es ein Gesetz gegen den religiösen Missbrauch von Minderjährigen und Schutzbefohlenen, dann wäre diese Frage verboten. Schon wegen der Folgen, die sie nach sich zieht. Um Gott geht es ja auch immer bei dem, was die Leute machen und tun und erledigen. Also zum Beispiel kommt der Ingenieur nach Hause und sagt, So Frau, heute haben wir 5000 Kilometer Pipeline in Ostafrika klar gemacht. Hurra, sagt die Frau, na dann iss mal hier deinen Krautsalat. Hingegen kommt der Islamist abends nach Hause, oder sagen wir, um beim rassistischen Klischee zu bleiben, er kommt nach Zelt. Und die Frau sagt, na wie war dein Tag? Passt so, sagt der Islamist, wir haben heute drei Ungläubige enthauptet, die 5000 Kilometer Pipeline hier vorbeilegen wollten. Von Gott ist da keine Rede, meinen sie? Na freilich. Und es handelt sich sogar um den gleichen Gott, der von den Menschen verlangt, dass sie Dinge machen und verrichten und erledigen, die unmenschlich sind und Tote nach sich ziehen. Hier tausend, dort tausend. Wer fragt danach, solange Gott es verlangt? Der Unterschied ist vielleicht der, dass für die einen Gott aussieht wie Dieter Nuhr in 40 Jahren, wenn er sich nie mehr rasiert. Von den anderen weiß man das nicht, weil man sich bei denen von Gott kein Bild machen darf. Nicht einmal ein karikiertes, was auch wieder angeblich der Gott selbst verlangt hat. Touché. Darf man sich diesen Gott dann wenigstens vorstellen? Das ist eine schwierige Frage, weil etwas, was man sich vorstellt, ja gerne mal im Kopf zum Bild gerinnt. Und das wäre dann gewissermaßen ein Gesinnungsverbrechen. Da müssen sie enorm vorsichtig sein. Wenn zum Beispiel ein Islamist zu ihnen sagt, grüß Gott, und sie stellen sich just in diesem Moment Dieter Nuhr in 40 Jahren vor, wenn er sich nie mehr rasiert, und ahnen nicht, dass der Mann, der ihnen den Befehl zum Gott grüßen erteilt hat, telepath ist, dann haben sie den Salat. Sie sind verhaftet, wird er sagen. Sie haben sich ein Bild von Gott gemacht. Wir können uns unter Gott auch eine mathematische Formel vorstellen, zum Beispiel 1 und 1 ist 2, weil sich damit so gut wie alles erklären lässt. Oder sie stellen sich einem Psychoanalytiker vor, wie in so einem Budi-Ellen-Film, der immer nur da sitzt und angeblich zuhört, und wenn er wirklich mal was fragt, dann immer das Falsche. Bei einem Analytiker würden sie immerhin eventuell merken, wenn er tot ist. Bei einem Gott kriegt das höchstens ein Friedrich Nietzsche mit, und dem glaubt dann keiner. Und wenn ihm doch einer glaubt, dann sagt er, na gut, Gott ist tot, dann finden wir halt was Neues, einen Führer oder eine Wirtschaft, ein Wachstum, ein Virus. Es gab und gibt aber auch Philosophen, die überzeugt sind, der Mensch sei auf der Welt, damit er deren vollendete Gestalt und Einrichtung erkenne und Gott dafür preise. Das ist natürlich völliger Unfug. Sobald der Mensch anfängt, Gott zu preisen, bricht unmittelbar ein Dschihad oder ein Kreuzzug aus, bei dem ein nicht geringer Teil von Gottes Schöpfung zu Klump geschlagen wird. Das kann der Allmächtige doch kaum gewollt haben. Und die Allerdümmsten sind die, die nach jedem angeblich islamistischen Bombenanschlag und jedem sogenannten muslimischen Ehrenmord erst einmal verlangen, dass sich sämtliche Muslime der ganzen Welt für diese Verbrechen entschuldigen und dafür schämen. Und dann behaupten sie im selben Atemzug, der Islam gehört zu Deutschland. Was für ein Quatsch, haben sie schon mal das Grundgesetz gelesen? Da steht schwarz auf weiß, in Deutschland herrscht Religionsfreiheit. Niemand darf wegen seines Glaubens diskriminiert werden. Niemand darf wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft gezwungen werden, zu Deutschland zu gehören. Die, die das verlangen, sind doch nur die Leute, denen es seit 70 Jahren stinkt, dass sie sich immer noch für Auschwitz schämen sollen. Die gehen jetzt her und sagen, nun ihr deutschen Muslime, wir haben jetzt die Schnauze voll, ihr gehört genauso zu Deutschland wie wir. Jetzt schämt ihr euch mal für Auschwitz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020